Nachdenkseiten Die kritische Website Konstantin Wecker zu den Versuchen rechter Anschläge auf die Friedensbewegung Verantwortlich Albrecht Müller Wir Nachdenkseitenmacher haben uns gerade mit der Frage beschäftigt, wie wir auf die Versuche von rechts, sich der Montagsdemonstrationen und damit auch teils der Friedensbewegung zu bemächtigen und mit der dagegen laufenden Kampagne umgehen. Konstantin Wecker hat sich dazu weise und engagiert zugleich geäußert. In Absprache mit ihm übernehmen wir seinen Text aus Facebook hier bei uns. Liebe Freunde Manchmal kann es notwendig werden, dem eigenen Verstand ein Reset zu verpassen. Ich bin in den letzten Tagen nachdenklich geworden, sehr nachdenklich. Eigentlich wollte ich die Tage in Asien in Ruhe am Strand verbringen und Körper und Seele die notwendige Auszeit verpassen. Nun aber brechen Ereignisse auf mich ein, die mich nicht zur Ruhe kommen lassen. Einmal die schreckliche Zuspitzung des Ukraine-Konflikts und zum anderen der Riss, der durch die Friedensbewegung geht oder gezogen wird. Ich habe mich eindeutig positioniert, mit Antisemitismus will und werde ich mich nicht gemein machen. Und in den Kommentaren, die wir hier und anderswo gelesen haben, gab es leider eine ganze Menge offen oder verkappt antisemitische Ausfälle. Jutta Dittfurts Vorgehen dagegen wiederum mag man bewerten, wie man möchte, aber die massenhaften Mord- und Vergewaltigungsdrohungen, die sie abbekommen hat, sprechen eine deutliche Sprache, was für ein mieser Pöbel im Umfeld dieser Montagsdemos zumindest auch unterwegs ist. Und dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Allerdings haben mich einige andere Kommentare geradezu angerührt. Meistens ging es dabei um die Hoffnung der Menschen, dass die Friedensbewegung sich nicht kaputt dividieren lassen solle, gepaart mit dem völlig richtigen Impuls, jetzt auf die Straße zu gehen, aktiv zu werden, die Veränderung nicht nur zu fordern, sondern zu sein. Das alles ist mir sehr sympathisch. Bis vor wenigen Tagen kannte ich übrigens auch einen Herrn Jebsen gar nicht. Und einige Kommentatoren, die ihn auf meiner Seite aggressiv in Schutz nahmen, ohne dass ich ihn überhaupt angegriffen hätte, haben mich, nun ja, verwundert. Andere klangen sehr vernünftig. Alles in allem schwankte der Tonfall der Jebsen-Verteidiger von unverschämt und beleidigend bis zu ehrlich um Verständnis nachsuchend und Aufklärung erhoffend. Vor einigen Tagen schrieb mir Jebsen selbst, freundlich, fast freundschaftlich, und er lud mich zu einem Interview für seine Seite. Ich gehöre nun definitiv nicht zu den Menschen, die eine dargebotene Hand blind-wütend ausschlagen. Aber ich möchte auch wissen, mit wem ich es zu tun habe und meinen guten Namen nicht missbrauchen lassen und auch selbst entscheiden, für wen ich Gastbeiträge schreibe. Sicherlich, ich frage mich seit einigen Tagen auch, ob es da nicht vielleicht eine berechtigte Müdigkeit der jüngeren Generation gibt, was die ewigen Grabenkämpfe der Ideologen betrifft. Und ob ich selbst nicht vielleicht schon zu alt, zu unflexibel bin, um mich dieser neuen Herausforderung zu stellen. Und das, obwohl ich mich immer für einen sehr unideologischen Menschen gehalten habe. Andererseits, hat nicht gerade das Alter vielleicht manchmal wenigstens den Vorteil, etwas weitblickender zu sein, weil man schon viel erlebt hat? Ich sehe mich selbst jedenfalls nach wie vor am ehesten als Anarchisten, wenn es denn schon um einen Ismus gehen soll. Und Anarchie heißt Freiheit von Herrschaft. Für eine solidarische Welt ohne Kapitalismus, in der ein gleichberechtigtes, positives Zusammenleben von Menschen jeglicher Herkunft, Religion, Hautfarbe, Geschlecht, Identität mit Respekt vor der Natur möglich wird. Nach wie vor, diese Ziele bleiben mir heilig. Und dann findet sehr schnell eine Unterscheidung statt zwischen völkischen Ideologen und kritischen Friedensbewegten. Mit Frieden für ein starkes Deutschland kann man bei mir definitiv nicht punkten. Nicht in den 80ern und auch nicht heute. Und damals waren mir übrigens auch jene Stalin-Linken sehr suspekt, die sowjetische Atomraketen irgendwie besser fanden als amerikanische. Und was ist, frage ich mich, wenn Ken Jebsen wirklich unrecht widerfahren ist, wenn er diffamiert wird, zum Beispiel wegen einer Mail, die er, wie ich es demnächst entnehmen konnte, bestreitet geschrieben zu haben? Wie schnell ist das heute möglich? Man sollte schon sehr, sehr vorsichtig sein, jemanden als Antisemiten zu stigmatisieren. Nur sehe ich dann andererseits, dass Ken Jebsen seit geraumer Zeit intensiv mit dem Herrn Elsässer kooperiert. Und das schreckt mich dann wieder ab. Denn dieser ehemalige Linke feiert von der AfD und der FPÖ bis zur Blocherpartei in der Schweiz so ziemlich alles, was rechts ist. Er hatte kürzlich eine unsäglich homophobe Konferenz zu verantworten, auf der die brutale Ermordung der Schwulen und Lesben in Putins Russland verharmlost und gerechtfertigt wurde. Seit Neuestem kumpelt Herr Elsässer, der sich als Chefaufklärer in Sachen NSU aufspielt, auch noch mit Karl-Heinz Hoffmann herum. Ganz genau mit dem berüchtigten Wehrsport-Truppen Hoffmann. Und gegen diese grausige Figur haben wir Münchner spätestens seit dem Oktoberfestattentat 1980 im wahrsten Sinne Mordswut auf dem Herzen. Am letzten Montag nun hielt Herr Elsässer eine Rede bei der Berliner Montagsdemo. Er sprach sehr links und ausgesprochen völkerbindend, ja wie ein waschechter Antirassist. Ich muss mich dann aber doch fragen, was da los ist, wenn derselbe Mann am 19. Februar 2013 auf seinem Blog schreibt Hilfe, die Roma kommen! Die wilde Einwanderungsflut bedroht die deutschen Städte. Ganze Roma-Dörfer kommen mit Sack und Pack und lassen sich in Elendsquartieren, im Ruhrpott, in Mannheim und in anderen Städten nieder. Sprachkenntnisse? Null. Arbeitsplätze? Null. Was machen sie dann? Jeder weiß es. Ist es nicht doch ein Wolfs im Schafspelz? Ich will wirklich niemandem Unrecht tun. Ich höre auch, dass Ken Jebsen, dem Herrn Elsässer, wegen dieser Homophobie sehr öffentlichkeitswirksam, die Luft aus dem Schlauch gelassen hat. Ansonsten ist auch mir klar, dass in der aufgeheizten Atmosphäre dieser Tage laufend neue Feindbilder konstruiert werden. Das stört mich. Mir selbst wird vermutlich mit meinem neuen Buch bald auch starker Wind entgegen geblasen, da ich es wage, Spiritualität mit politischem Engagement zu verknüpfen. Und dann wird in dem Buch auch noch der Aufruf zur Revolte abgedruckt sein, den ich mit Prinz Chaos 2 geschrieben habe. Ich ahne schon jetzt, dass es bestimmte linke Hardcore-Kreise geben wird, denen allein schon bei dem Wort Spiritualität das Kotzen kommt. So wie bestimmte biederbürgerliche Kreise, die bei dem Wort Revolte an die Decke gehen. So hat ein jeder auf seinem Feld sich zu beweisen und kann nur hoffen, Schulterschluss zu finden mit ein paar anderen, ohne den Falschen auf dem Lein zu gehen. Und so kann ich auch diesen Text nicht mit einem abschließenden Urteil beenden, sondern nur mit der aufgewühlten Nachdenklichkeit, die an seinem Anfang stand. Mit homophoben Rassisten für den Weltfrieden, das kann nicht klappen. Ich will und werde aber mit jedem und jeder zusammen für den Frieden, gegen Ausbeutung und für eine bessere, würdigere Welt kämpfen, der und die ehrlichen Herzes ist. Ich wäre insgesamt sehr froh, wenn wir zu einer offenen und freundlichen Auseinandersetzung finden würden. Ich habe meine Bedenken unmissverständlich vorgetragen. Ich werde auch ohne Vorbehalte zuhören, wenn man gute Gründe vorträgt, diese Bedenken zu zerstreuen. Sehr gut gefällt mir ein kluger Beitrag des Rappers Kaffee, den ich auf der Seite die Freiheitsliebe gefunden habe. Der junge Mann schreibt nach einer sehr fundierten Analyse über die Montagsdemos, Dass jedoch eher unpolitische bzw. politisch nicht klar einzuordnende Bürger und Menschen aus dem sogenannten verschwörungstheoretischen Spektrum es schaffen, Tausende von Menschen für Demos zu mobilisieren, scheint relativ neu zu sein. Daher sollten sich Linke schon die Frage stellen und darüber diskutieren, ob sie in diesem und mit dem politischen und wirtschaftlichen System unzufriedenen Menschen nicht strategische Verbündete sehen sollten, anstatt sie zu dämonisieren. Natürlich vorausgesetzt, diese verfolgen keine rassistischen, homophoben, antisemitischen oder andere diskriminierende Meinungen und Ziele. Zitat Ende. Wenn Kaffee meint, dass viele Linke keinen Systemwechsel wollten, weil sie zu sehr mit den transnationalen Konzernen, bürgerlichen Parteien und Mainstream-Medien verbandelt sind, muss ich ihm trotzdem widersprechen. Mich jedenfalls kann er damit nicht meinen. Ich bin nämlich durchaus der Meinung, dass nur ein Systemwechsel eine gerechtere Welt erschaffen kann. Und ich rufe weiterhin zur Revolte auf. Euer Konstantin PS Wer übrigens der Meinung ist, mir wegen meines Zögerns vorwerfen zu sollen, ich würde nur nörgeln und nichts machen, darf beruhigt sein. Ich renne, seit ich denken kann, selber auf die Straße. Für Abrüstung, gegen den Kosovo, Afghanistan, Irakkrieg, gegen die Münchenier Sicherheitskonferenz, die eine Kriegskonferenz ist, auf Anti-Nazi-Blockaden in Dresden und am 10. Mai werde ich bei der Demo in München gegen das Freihandelsabkommen dabei sein. Also keine Sorge, ich war und bleibe auch Aktivist. Nachbemerkung Albrecht Müller Anzumerken bleibt, dass ich die Rolle von Jutta Dittfurt etwas kritischer sehe. Sie unterstellt manchen zu Recht und manchen zu Unrecht Antisemitismus ohne Belege zu nennen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017